So, da bin ich wieder. Ich habe Spinnen gefarmt und ein ganzes Spinnennest zerstört. Bin wieder in meinem Lager angekommen und werde mir jetzt die Sachen vorbauen, um dann direkt rüber gehen zu können in die kommende Welt. So, ich wollte mir aus drei Seilen, habe ich nämlich das letzte Mal schon gebaut, und Spinnenseide und Stöckchen, ein Zelt vorbauen für die nächste Welt. Das habe ich gemacht jetzt. Dann wollte ich mir einen Kühlschrank vorbauen. Dafür brauche ich, glaube ich, noch ein paar Steine. Wo ist der Kühlschrank? Der ist beim Essen-Tab. Einen Stein brauche ich dafür, das kriege ich hin. So, dann brauche ich noch ein bisschen Gold. Das kann ich mal komplett aufnehmen. Das brauche ich ja sowieso noch. Dann kann ich den Kühlschrank auch vorbauen und nicht absetzen. Ich dachte, ich hätte es Gold komplett aufgenommen. Hatte ich aber nicht. So, was könnte ich denn noch daraus bauen? Ich glaube, das brauche ich alles gar nicht. Die Maschine habe ich auch vorgebaut, jeweils sogar. Und dann kann es losgehen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Das, das, dieses nehme ich mit. Und das Essen. Ja. Und das war es dann auch schon. Die acht Klöße wollte ich eigentlich noch irgendwie auffüllen mit noch mehr Essen. Aber das, äh, klappt irgendwie nicht so richtig. Hatte ich nicht hier noch einen Hammer? Habe ich mir noch einen Crock-Pot vorgebaut? Ne, habe ich nämlich nicht. Ähm. Kann ich eben ändern. Maximale Verschwendung hier. Ja, dann baue ich mir einfach mal einen neuen Hammer. Oder ist der hier drin? Ne. So. Dann kann ich das nämlich auch alles abbauen, um die Ressourcen mir wiederzuholen. Dann reicht es nämlich auch schon fast für einen weiteren Crock-Pot. Und ein bisschen mehr Kohle. Sechs oder acht. Wie viel brauche ich dafür? Sechs. Und noch einen Stein. So. Und dann habe ich auch noch einen Schmortopf vorgebaut für die nächste Welt. Wir haben auch schon wieder Frühling. Das heißt, den Stein brauche ich eigentlich auch wieder nicht. Regenschirm rüste ich mal aus. Oh. Das wird alles schlecht. Ähm. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich lasse alles zurück. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Schön mit euch. Ach, hier bei der andere Hammer. Ihr habt nix gesehen. So, jetzt schmilzt der Schnee tatsächlich mal weg. Jetzt so kurz vor Schluss. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, dass das Fleisch mir jetzt so schlecht wird, ist eigentlich gar nicht gut. Aber ich habe richtig Bock rüber zu gehen jetzt. Ich kann mir noch mal so eine Raune mitnehmen hier. So. Kann ich auch einmal essen, kurz bevor ich rübergehe. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Schön, es hat mal aufgehört zu regnen, ausnahmsweise. Wunderbar. Nee, weiter nach unten. Au, au. Ein Abschiedskonzert von den Hunden für mich. Hier. Spiel doch ein bisschen mit den Bienen. Nee. Bienen und Hunden, das sind jetzt hinter mir her. Ah, habt ihr es gehört? Da haben die Bienen doch noch mal einen Hund angegriffen. so, und hier einmal durch die Spinnen durch. Super. Ah, nochmal Regen. So was. So, und die letzten Male, als ich den Adventure Mode gespielt habe, gab es auch noch einen Bug, dass, wenn ich die Sachen in die Maschine reingelegt habe, ich in die nächste Welt nicht reinspringen konnte. So, ich halte es mal mit Gras an. Das brauche ich nämlich gerade sowieso nicht. Habe ich Feuer vorgebaut? Nein. Ähm. So. Oh, Vollmond. Egal. So, jetzt bin ich topfit. Jetzt kann ich auch immer wegzimmern hier. Mal gucken, wie es jetzt so ist. Ähm. Das möchte ich mitnehmen. Aktivieren. So, jetzt kommt da so ein Maxwell-Kopf. Jetzt sagt er, ich kann vier Items mitnehmen. Und dann sind das hier meine vier Items. So. Und auf in die nächste Welt. reisen. Dies wird all deine Gegenstände entfernen und die aktuelle Welt zerstören. Nur Dinge, die in der Maschine liegen, bleiben erhalten. Ähm. Ich habe mir keinen Steinkreis vorgebaut. Sekunde. Hunger. Selber Hunger. So. Bam, 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 bam. Reicht das jetzt? Nein, es reicht nicht. Mir fehlt ein. Unten ist noch ein, habe ich noch eine Pickaxe? Nein, natürlich nicht. Ist aber schon wichtig, ich weiß ja nicht, in was von der Welt ich gleich lande. Ich habe nichts für den Winter mit. Und da ist es schon wichtig, sich so vorgebaute Feuer mitzunehmen. So. Super. Die Idee wäre auch gewesen, statt der, statt diesem Hut vom Walross Schweinehäute zum Beispiel mitzunehmen. So, und jetzt reisen, los geht's. Der Bank ist verschwunden, sehr schön und flop. Wah, 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 wah. Expliziere ich die nächste Welt. Und ich bin gespannt, was es wird. Okay, die habe ich doch schon freigeschaltet. Hm. Was? Na gut, dann. Ich wollte gerade sagen, dass ich dann jetzt schon mal Pause mache. Aber wir gucken uns einmal noch an, was für eine Welt ich lande. Ich bin super gespannt. Der Ladebildschirm ist ein bisschen lang jetzt. Ähm. Und ich bin gespannt, ob ich immer noch ähm, die, ah, es ist King of Winter. Ich hätte die Wintermütze mitnehmen sollen. Ich habe jetzt gerade in meinem Sekunden weggeguckt. ja, es ist King of Winter. Da startet man immer Positionsgeberplan. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Ich hätte die Wintermütze mitnehmen müssen. Aber gut. Nicht schlimm, ich habe mir Feuer vorgebaut. King of Winter, der König des Winters. Das ist eine Welt, in der es die ganze Zeit über Winter ist. Was bedeutet, dass ich konstant friere. Aber ich wundere mich. Ach, da. Man startet immer mit einem Rucksack, der hier neben liegt, bei King of Winter. Nicht in jeder Welt, sondern nur hier. Ähm. In dem zwei komplett zufällig ausgewählte Pläne drin sind. Und, äh, nee, ein zufälliger Plan und immer etwas wie Ohrenschützer oder die Wintermütze als Plan, damit ich das als Rezept schon mal habe. Ähm. Und mit dem Kältestein hier, Wärmestein. Wie auch immer. Ja, jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Aber ich wüsste gerade auch nicht, was ich besser hätte mitnehmen können. Ah, das brauche ich jetzt gerade nicht aufsetzen. Mir geht es ja ganz gut. Ähm. Ja, und dann fange ich jetzt hier an und sammle mal so ein bisschen Wild durch die Gegend. Bei King of Winter ist es auch oft so ein Korridor aufgebaut, dass ich mir gar kein Lager bauen brauche. Oh, ich muss mehr Holz hier fahren. Ähm. Sondern einfach nur durchrenne. Das heißt, hier wird es nicht wieder 26 Tage dauern, bis ich alle Dinge gefunden habe. Weil, wie ich schon gesagt habe, ist nur die erste Welt dazu da, um ein Lager zu bauen. Und hier könnte es sein, dass jetzt hier tatsächlich die Monolithen als Übergänge mal sind. Aber das schauen wir uns dann alles an. Ich mache jetzt erst mal Pause. Ich werde mich hier jetzt gleich ein temporäres Feuer hinsetzen. Ja, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ah, ich bin gerade hier im Sammelfieber. Aber ich habe mich ja schon verabschiedet. So, jetzt ist es kalt. Dann setze ich mal das Feuer hier in die Nähe der Bäume. So. So. Ähm. Ja. Gut, dass ich den Bad habe wachsen lassen. Wir sehen uns dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.